Vernetzung gegen ungehinderte Lügenpropaganda Was nützen, verehrte Zuschauer, veröffentlichte Forschungsergebnisse, wenn diese hernach ignoriert werden? Begleiten Sie uns auf einem neuen Weg der Veränderung. Jüngste Expertisen haben diese Tage nachgewiesen, dass es sich bei dem Grippemittel Tamiflu um einen weltweiten Betrug handelt. Seit vielen Jahren verdient die Pharma mit diesem Betrug aber regelmäßig hohe Milliardenbeträge. Nach gründlichen Untersuchungen hat sich nun Folgendes herausgestellt. Der Pharma gelang es auch, zahllos eigene Studien zum Grippemittel gezielt vor neutralen Experten und somit vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Versteckt wurde damit allerdings auch das Wissen um teils haarsträubende Nebenwirkungen des Grippemittels. Die neueste Expertise enthüllt jetzt, dass Tamiflu ein Grippeleiden um bestenfalls einen halben Tag verkürzen könne. Damit bestätigt sie, vielleicht ungewollt, Warnungen vieler Impfkritiker und Aufklärer. Diese stellen sogar jenen halben Tag Linderung noch in Abrede. Wie dem auch sei, selbst bei einem halben Tag Grippelinderung dürften Maximalgewinne in Milliardenhöhe keinesfalls mehr gerechtfertigt sein. Doch Pharmakonzern Roche widerspricht diesen neuesten Forschungsergebnissen einfach fahrlässig ignorant. Nach jahrelangem Ringen um die Offenlegung eben erwähnter Daten von Roche folgt nun wie immer ein verschleierndes Ringen um die Interpretation genannter Forschungsergebnisse. Dieses Ringen könne noch ziemlich lange andauern, meinen Fachleute. Und ungehindert läuft der Betrug weiter, wie immer. Dieses eine Beispiel, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, spricht wieder einmal nur gerade stellvertretend für zahllos weitere Tragödien und deren Verlauf im aktuellen Weltgeschehen. Trotz aufklärender Berichterstattung wirken zerstörerische Kreise ungehindert weiter. Tag für Tag setzen so auch kriegsreiberische Kreise ihre Lügen gegen Russland ungehindert fort, wie sie es zuvor schon mit all den Ländern des sogenannten arabischen Frühlingstaten. Auf welchem Weg tun sie das? Durch die von ihnen gekauften Massenmedien. Tag für Tag verbreiten auch pädophile Kreise über dieselben Medien ungehindert ihre zerstörerischen Ansichten weiter. Auf diesem Weg werden der Frühsexualisierung der Kinder, aber auch sexuellen Perversion in jeder Art, dem Satanismus und vielerlei mehr Tür und Tor geöffnet. Im Hintergrund stricken eben solche Kreise dann auch ungehindert weiter an neuen Gesetzen, die jede elterliche Gewalt massiv einschränken sollen. Aber auch jeder Weg der unabhängigen Berichterstattung soll zunehmend unterbunden werden. Noch vieles in dieser Art gäbe es zu erwähnen. Es ist darum Zeit für weitere konkrete Schritte in der Aufklärungsarbeit. Es darf nicht beim Hören und Weitererzählen allein bleiben. Verbreiten Sie unsere Nachrichten zwar mehr denn je, doch vernetzen Sie sich gleichzeitig internetunabhängig mit all jenen Menschen, die genug haben, vom bloßen Hören, darüber reden und weiter nichts tun. Auch Klagemont.tv ist Teil einer weltweiten internetunabhängigen Vernetzung. Falls auch Sie mit dabei sein möchten, wenn bislang unbezwingbare Lügen noch weit wirksamer und praktischer angegangen werden als auf diesem Weg, dann teilen Sie uns doch einfach Ihre Anschrift mit. Nur auf dem Weg einer internetunabhängigen und handfesten Vernetzung kann die notwendige demokratische Gegengewalt entstehen. In der Hoffnung auf Ihr Vertrauen erwarten wir gerne Ihre Zusendung mit dem Stichwort Vernetzung auf die E-Mail-Adresse kontakt.klagemont.tv Wir zählen auf Sie. Wir zählen auf Sie.